es geht wieder los mit let's play titan quest wir sind hier in der nähe des jade palastes irgendwo unterwegs und nähern uns damit immer weiter dem ende des hopps spiels scheiße komm schütt, schütt, schütt okay, wir müssen weg ja, danke, dass du mithilfst tolle Wurst scheiße, jetzt kommen die gleich wieder an die Logen okay, weg, 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 weg das kriegen wir nicht hin ja, noch nicht bald genug so, was machen wir denn jetzt, verdammt gehen wir in der Zwischenzeit nochmal verkaufen das Spiel ist echt hart geworden jetzt muss ich zugeben, am Anfang war es schwer dann hat es sich total vereinfacht durch unsere Gefährten und jetzt so, uiuiui mögest du Reichtum erlangen jetzt baut er sich wieder so ein Ding auf und jetzt wir sind wir sind wir sind Oh, das kann man ja auch zerstören. Wusste ich ja gar nicht. Oh, das kann man ja auch zerstören. Irgendwo müsste doch eigentlich wieder der nächste Abschnitt beginnen. Ich mag die Nahkampftagoner, die sind noch schön leicht. Da war ja noch ein Korb. Jetzt haben wir aber jetzt in der Riesenecke hier passiert. Sind immer noch keinen Durchgang, wo das Gebiet hier endet. Ich glaube auch wir sind schon zu weit wieder. Ich glaube mal jetzt hier einen Bogen. Toll. Wieso hakt denn das jetzt immer so schlimm, ey, das ist ja nervig. Oh oh. Oh kacke. Lauf weg. Boah ey. Gibt es ja gar nicht. Wir kriegen hier so oft die Ome. Ach der Einsiedler Maria. Okay, dann ist der wohl hinüber. An die Quest hab ich schon gar nicht mehr gedacht. Noch mehr kannst du nicht halten. Du hast keinen Platz mehr. Pfff. 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 so und hier vielleicht mal griffen können gleich noch ein künftigen kein glück nach hier war schon der durchgang okay und das lager hat scheinbar auch im durchgang markiert machen kopf hoch noch übersehen das ging gut und wir haben den fünf glaubt er zahlen sehr geil 1-1-2-3-2-3 verdammt dämliche drachen also langsam bin ich mir ziemlich sicher dass wir die höhle vom general hier nicht mehr finden werden das wird dieses ende sein aber warum haben wir da nichts gefunden verdammt du hast keinen platz mehr gut zu diensten wo ich dachte schon ich habe mich gerade geguckt jederzeit wieder sobald haben wir wieder einen brunnen aktiviert da jungen aufstieg das war durch den berg wo sich der jahr der palast befinden vielleicht haben wir dann glück und treffen auch kinder dragoner mehr naja vorerst das war doch noch auf welche und hier gibt es dann einen folgen bei seien spitze bedanke mich bis dann